Also, Mini-Hop, Flossener-Position, Stand-Out zur offenen Position, Inside-Turn, Hinter-Ihr-Vorbei, Outside-Turn, Top, und Hand und Platz weg, wieder Turn, und Spring-In wieder zur geschlossenen Position. Wir tanzen linear, im besten Fall. Das macht es leicht und verständlich und wesentlich meistens Spielmöglichkeiten. Das macht es leicht und einbilder, und stopper, verfolgen, Ende, Abfall.